BWIN präsentiert Ihnen den aktuellen Veranstaltungstipp bei Oberlausitz TV. Der FC Oberlausitz Neugersdorf steht im Halbfinale des Sächsischen Landespokals. Der Tabellenführer der Landesliga Sachsen empfängt am Mittwoch, den 24. April, in der Enso Oberlausitz Arena in Neugersdorf, den Tabellenführer der Regionalliga Nordostrasen Ballsport Leipzig. Das Halbfinale im Wermesgrüner Pokal Sachsen wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Jetzt die Tickets im Vorverkauf sichern. Der Veranstaltungstipp von Oberlausitz TV wurde Ihnen präsentiert von BWIN.